Jaaa! 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 Germany, ich bin Sydney Lohmann und spiele beim FC Bayern und in der deutschen Frauennationalmannschaft im Zentralmittelfeld. Einfach die Freude daran, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen und Spiele zu gewinnen. Für mich als Fußballerin ist die größte Herausforderung auf dem Punkt, für die Spiele fit und gesund zu sein und zu performen. Für die Zukunft des Frauenfußballs wünsche ich mir, dass die Entwicklung, die wir gerade erleben, so weitergeht, dass wir viele Menschen begeistern können und dass vor allem junge Mädels uns als Vorbilder sehen und auch mal in unsere Fußstapfen treten möchten. Möchte jemanden was hier reinpacken? Möchte jemanden was hier reinpacken? Jaa! Welche die Schmerzen wurden für die Schmerzen? Es ist die Schmerzen in der Luft. Alle die Schmerzen im Zentrum! Ich habe die Schmerzen für die Schmerzen in der Luft. Das war die Schmerzen! Ich habe die Schmerzen aus. Ich habe ihn mit dem, dass die Schmerzen auslassen. Ich habe die Schmerzen aus. Möchte jemanden kommen, sie haben ihn mit dem, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.